BTF, was ist denn aus einem komischen Kapiton, eine Kopprimiermaschine oder hat es uns irgendwann an Kapiton gefehlt? Ja, das war toll. Was, Centos? Ich hab gesagt, irgendein Spacken hat mir sein Schassbuch zugeworfen, eben. Okay. Lalalala... Lalalala, ich war's nicht. Wizard, Emerald, Helingorp... Er wird mich niemals finden. Defender... Ne? Ah, geil, da kann man die geilen Chessplats mitmachen, okay? Kobalt Seeds... Ist Black noch da? Oder ist er grad weggegangen? Er hat weggegangen. Doch mitbekommen. Plutonium. Plutonium... Oder... Cookie-Clicker? Frage-Trich. Cookie-Clicker auf Handy. Okay. Boah, ich glaub ich nicht. Hallo... Hoi Black! Hey! Hey! Hallo... blööööööööööööwe Herr Black... Herr Black... Herr Black... Herr Black... erster... Wo? Weiß es nicht. Bin behindert. YAAAH! Wir haben einen Sprinkleraaaa! Was brauchen wir noch für Seeds? Jaaaaaaah! Bin behindert! Jaaaaaaah! Nein! Oh nein, bitte nicht. Das sieht. Kriegt man mich falsch an? Dann kriegt man nicht gut. Ich war mir grad nicht sicher, ich hab mich einfach auf den Boden klatschen lassen. Mach doch einfach mal bitte mit dem Kopf voraus. Oh mein Gott, ich bin hier so. Ja, vielleicht darüber haben wir uns mal gründlich unterhalten, ne? Ja. Ja. Nein. Ist Toni eigentlich da? Ja. Jetzt kann man da auf Cover. Zertus mach ich glaube ich nochmal, ne Runde. Aber der ist irgendwo auf dem Server. Wo denn? Weiß ich nicht. Wer war eigentlich neben mir gerade? Boah, nehmt mal bitte die Köpfe vom WTF ab. Ganz ehrlich, das ist voll verwirrend. Ja, das war ich! Und warum? Was machst du hier unten schon wieder? Gammel nicht bei mir, den Kerl. Der steht hier mittenweiten. Wunder, dass er noch nicht gestorben ist. Nope. Noch nicht. Nee, noch nicht. Oh, leise er ja. Nee, nicht mehr. GG. Er ist mich wahrscheinlich nur gewundert, dass er mit einmal bei ihm war. Nee, ich hab ihn angestupst, ob der Key da ist. Hä? Ich hab ihn angestupst, ob der Key da ist. Wollt mal. So. Leck ihn. Echt draus machen, glaub ich. Er ist er, Stone, Lapis. Boah, hier ist ein LSD-Ohr. Geil. Experience. Für ein LSD-Ohr. Ach, dieses Flux, oder wie das heißt. Hallo. Lass doch mal meine Töne in Ruhe. Ihr klaut immer alles raus, ne? Ich hab nur reingeguckt. Ja, ja. Du Aids. Ähm, Black brauchen wir Kobalt Seeds. Oh ja. Kobalt ist gut. Werkzeuge. Ja, dann brauch ich nur diese, dann brauch ich nur von den, äh, Weak Essenzen viele. Ui. Weil ich brauch dafür, äh, Extreme Essence. Tattoos. Ich hab dich einmal gehauen eben. Ich hab dich auch einmal gehauen. Oh ne. Scheißen teuer. Ich auch. Verpisst dich. Nein. Hab dich doch nur einmal gehauen. Hallo. Hallo. Ich hab gerade wieder den Kopf gesehen und einfach einen Schrecken bekommen. Oh, lecke Pizza. Mmm, Pizza, ne? Mmm, Spaghetti-Pizza. 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 Na, lecker. Richtig geil. Spaghetti's drauf. Spaghetti's sauber, da. Freunde, bist du grad im Spiel und draußen bei mir regnet es auch noch. Und es leckt. Oh ne, da. Ecker, warum? Oh. Achso, da kann ich nicht zuhören. Was ist los? Ja. Es ist aber zwei. Oh ja. Ich guck später, wenn ich pennen gehe. WTF, warum ist das auf einmal so unregelmäßig geworden? WTF, boah. Alles diese Woche kommt nicht im regelmäßigen Zeitplan. Boah, regnet das. Meine Fresse, ey. Warum solltest du noch regelmäßig kommen? Hast du ja einen Tag, oder was? Warum stehst du unter mir? Also nicht. Naja, er will dir unter's Röckchen. Er will dir unter's Röckchen gucken. Jeder darf das. Cobblestone. Hm. Essenz. Hm, Essenz. Hm, Essenz. Hm. Hm, leck' nom nom. Nom nom, Essenzen. Man. Ihr habt doch irgendwo hier rumgebuddelt, oder? Hahaha. Voll verarscht. Ich glaube, der Rest der Folge wird einfach nur mit hochfliegen beschäftigt sein. Wow. Ich glaube, ich leg mir mal eben was auf der Leertaste rein. Haben wir das gehört? Ja, Alter. So geht's grad draußen bei mir. Okay, dann kommt das hier runter noch. Tädel. 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 Jetzt krieg ich die ganze Zeit nach oben. Ja, machst du. Tschüss Tädel. Äh, mit KF mein ich. Tschüss. Warum? Ich mach doch gar nix. Ich baue noch mal meine Höhle weiter auf. Wie das aussieht, wenn du den Essenz-Shader drin hast. Und runterfällst. Hey, Shader. Ich brauche noch mehr. Ah, ich brauche noch mehr Essenz, dann... Dann kauf dir welche. Warte mal, kann man die duplizieren? Hier, ich bin auch für 999. Wow, ich bin auch für 1000. Uh, droppen! Shit, die kann man echt publizieren. Ich... Warte kurz, guck mal hier. Hier aufm Ozean. Aufm Ozean? Äh, aufm Wasser. Rein theoretisch müsste da gleich eigentlich Fluoride kommen. Du bist so behindert, ne? Der ist unterwegs weg geworden. Fitt Tischbaum, der ist einfach direkt von meiner Fresse gewachsen. Ich gemerkt. Einen. Ich hab den noch nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht. Ich hab dich trotzdem nicht. Haut euch nicht. Hau mit doch nicht, du Affe. Pssst. Ist angefangen. Pssst. Hallo Mutti. Hallo Mutti. Hallo Mutti. Tschüss Mutti. Du nervst. Tschüss, du nerv. Ja, konnte. Ich konnte in Ruhe, mein Rasen. Oh, Dede, was ist denn hier passiert? Wo? Weil die Maus. Warum, was hier passiert? Was ist das denn Socken? Ey, bei dir sind überall obsidian Dinger. Ne, ich weiß. Centus? Die den Norden Socken. Ha, ha, ha. Ey. Ey, wir haben jetzt... Ey, psst, psst. Wir haben jetzt vor Centus Ruhe. Warum? Der ist weg. Scheiße, da ist er wieder. Ey, Centus, was ist los bei euch? Was für Dinger? Die sollen so gut gerechnet werden. Äh, braucht ihr noch Grafit? WTF? Lenny? Ja. Braucht ihr noch Grafite? Ich möchte nichts zu essen machen. Ja. Dann schmeiß ich das ja euch auf mir rein. Yeah. Ja, wenn ich... Ja, wenn ich... Ich brauche das ganze... Das ganze Essenzzeug und Essen brauche ich mittlerweile auch wieder. Ich essen. Ja, sonst müssen wir wieder den Fischer bauen. Kannst du nicht Essenzohr-Essenzen machen? Nein. Ich weiß gar nicht, ob es Send Seeds gibt. Ja, gibt's. Und, äh... Bau die doch. Peter, was es für Dinger sind. Bau die doch. Was? Weißt du, was es für Dinger sind? Was? Weißt du, was es für Dinger sind? So Dinger hier. Was? Sieht ihr an Dinger? Ja, das sind Mikroblocks. Und? Geil. Er hat irgend so'n Spacken angenommen. Ich glaube, es war... Äh... Ich glaube, es war... Black Game. Hm. Ich weiß auch nicht warum. Nein, er doch nicht. Nee, war das nicht. Wie kommt's denn dazu? Fuck, hätte ich das nicht machen dürfen. Hätte es auch nicht. Ich guck erstmal hier durch, hier. Ich guck erstmal zugucken dabei. Und killt euch bitte nicht. Tut mir einen gefallen und killt euch danach nicht. Ach, warum nicht? Ich boh das nicht ab. Ich bin hier rausgekommen. Und runter. Herr Lenny? Wenn du schaffst, dass der Reaktor in die Luft geht, ne? Der geht nicht in die Luft. Dann kriegst du einen kleinen Band. Die können nicht. Die können nicht in die Luft gehen. Die gehen nicht in den Luftcenters. Die gehen in den Boden. Nein, die nicht. So lange ich nicht bin. Ihr wisst doch wie Lenny ist. Lenny kriegt alles hin. Ey, bitte. Ich krieg das hin. Ich krieg alles hin. Ich bin so gut, dass ich das schaffe. Ähm. Lenny kriegt alles hin. Ähm. Black, bist du das mit dem... Master... Ritualstore mit Black Magic hier draußen? Ja. Warum? Weil ich die Spitzacke machen will. Jawoll. Black Magic. Gieb. Tschüss. Schlag dich gleich auch. Black Magic. Ja. Black Magic. Black Magic. Das einzige Problem bei diesen... Bei diesen... Mikro... Mikro-Block-Dingern ist jetzt, dass ich... Oh. Ach, die sind hier oben ja gar nicht. Das sind so gut. Dass sie nervig sind, die Dinger. Da kann ich ja hier unglücklich weiter meinen... Zauber-Bestand bauen. Was machst du hier eigentlich? BTS. Ja. Was machst du hier? Wahnsinn. Was mach ich wo? Mit Black Magic, Alter, oder was? Das ist Black. Ach, Black ist das. Black Magic ist das. Ist doch egal, ob es da hinten ist. Ist doch voll geil. Black Magic. Schwarze Magie, kennst du? Ich freu mich. Mich freut das. Ist ja eh für mich. Mit. Aber du weißt, dass da die Aura-Note ist. Deswegen hast du mir wahrscheinlich holen getan, ne? Wo? Was denn ist? Hier ist gleich ne Aura-Note dabei. Echt? Ja. Ja. Und wie gesagt, Wervil-Turm. Was passiert, wenn du die abbaut? Nichts. Geht einfach weg. Geht einfach kaputt. Es gab ja Mythen darüber, dass in irgendeinem Teil, dass dann... Ähm... Unwetter und alles kommen würde. Und wenn die Aura-Note abbaut? Ja. Machen wir Toggle-Fall-Down. Toggle-Fall-Down. Ah! Und die Aura-Fall-Down. Und die Aura-Fall-Down. Und die Aura-Fall-Down. Waaah! Hier, Black. Hier unten ist sie doch. Unter dir direkt. Wo funktioniert das nicht? Weiß ich nicht. Ähm... Wo ist meine Turtle? Wo ist meine Turtle? Gehst du, Kleiner? Ich fack dir. Oh, ich... Aura-Türtel-Baupprad. Hä? Hat irgendeiner bei Turtle geklaut? Nein, ich hab meine eigene Turtle. Ich hab auch meine eigene Turtle. Wollt ihr mich verarschen, was meine Turtle? Winston Turtle! Und da ich deine Bowen perfekt im Chung... Vielleicht möchtest du dir meine ausleihen? Nein, auf meiner sind die neuen Programme drauf. Ja, die ja noch verbessern musst du auch. Gern damit. Oh man, ganz ehrlich. Hast du die nicht auf Disk gespeichert? Nein. Warum soll ich die auf dem Disk speichern? Was ist los mit dir? Hä? Ich mach mal Backup und alles. Ich hab Backup auch gemacht. Hä, da ist auch alles auf dem PC so normal drauf. Ja. Wollte ich dir nur den Pasteband-Ding machen, aber ich... bin nicht so blöd und mach das doch mal. Guck mal. Ich suche jetzt meine Turtle. So, wie mach ich denn jetzt diesen Sober...